Hallo ihr Lieben. Hallo Grüße. Dein Lied für Niederösterreich. Zum Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich gibt es den ersten Liedermacher-Wettbewerb. Wir suchen heuer das erste Mal für einen niederösterreichischen Landeswettbewerb für 100 Jahre Niederösterreich Liedermacher. Macht es euch auch so Spaß neue Lieder zu schreiben, so Stimmungen einzufangen oder eure Gefühle auszudrücken? Wie wäre es, wenn ihr eure Gefühle für Niederösterreich in einem Lied beschreibt? Und es ist jeder eingeladen aus ganz Österreich ab dem 15. Lebensjahr, der seinen Niederösterreich-Bezug musikalisch festhalten möchte. Leute, die sie einfach gern in Wissen beschäftigen, die gern eigene Songs schreiben, die gern in ihrer eigenen Sprache singen, über Format singen. Da kann man auch ziemlich viel gewinnen und das Siegelied wird sogar ganz professionell in einem Tonstudio aufgenommen. Am 30.09. ist Einsendeschluss, also ran an die Gitarre. Informationen gibt es unter www.kulturregion.noe.at Da könnt ihr alle Infos auslesen, was dazu notwendig ist. Ich freue mich auf eure Musikbeiträge. Und ich halte euch ganz feste Daumen. Und wir sehen uns hoffentlich. Auf bald. Eure Ersten. Und ich lasse dich, dass wir alles gut haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Töne die Gitarre ist eine sehr sehr Sch春.